Stopp! Wusstest du, dass du jedes Mal, wenn du online etwas bezahlst, jemandem anders hilfst, passives Einkommen zu generieren? Ja, du könntest jemandem wie mir, einem Familienvater, der von daheim arbeitet, helfen, Geld im Schlaf zu verdienen. Es ist wahr. Und so findest du genau heraus, wie viel passives Einkommen du für Menschen wie mich generierst. Schritt 1. Beim nächsten Mal, wenn du auf Amazon schon einkaufst, scrolle nach unten und schaue nach, was der Bestseller-Rank ist. Schritt 2. Schau, ob die Rankings unter 10.000 sind. Wenn ja, bedeutet das, dass der Verkäufer und der Affiliate Zehntausende von Euro passives Einkommen pro Monat verdienen. Wenn nicht gar mehr. Nimm zum Beispiel diesen Silikonschneebesen. Dieser wird nicht von einem großen Unternehmen verkauft. Der Verkäufer ist wahrscheinlich ein ganz normaler Familienvater, der einfach weiß, wie man Amazon-Bestseller verkauft oder empfiehlt. Dies hier hat einen Bestseller-Rank von 701. Es generiert derzeit jemand mindestens 46.000 Euro pro Monat an Einnahmen. Die Frage ist, warum täglich anderen Menschen helfen, passives Einkommen zu machen, wenn du möglicherweise auch selbst welches verdienen kannst. Hallo, mein Name ist Gunnar Kessler. Ich war ein ziemlich normaler Typ, der einen ganz normalen Job als Barkeeper hatte und händeringend nach einem Nebenjob im Internet gesucht hat. Ich las ein Buch, welches mir zeigte, wie man online Dinge verkauft. Und noch besser, wie man Provisionen bekommt, wenn Produkte von anderen Verkäufern auf Amazon verkauft werden. Einige Wochen später konnte ich meinen Vollzeitjob kündigen und mich voll auf ein Internetgeschäft konzentrieren. Ich wollte jedoch keine Waren einkaufen und verkaufen, sondern nur an deren Empfehlungen verdienen. Und so stellte ich das Amazon-System leicht um. Heute bin ich in der Lage, die Welt zu bereisen, von früh bis spät das zu tun, was mir Spaß macht. Und das sind übrigens meine Einnahmen in den letzten zwölf Monaten. Ich habe sogar den Digistore24 Award für über 20 Millionen Umsatz gewonnen. Ich habe ebenso die Schule des Geldes gegründet und begonnen, andere zu unterrichten, um zu sehen, ob ich einfach nur Glück hatte oder ob dieses System duplizierbar ist. Es hat sich gezeigt, dass es dies ist. Schau dir die Resultate von all diesen Menschen an. Sogar mein Freund Ralf hat damit begonnen, Amazon-Produkte zu empfehlen und hat im ersten Monat schon über 1053 Euro verdient. Wenn du also daran interessiert bist, zu lernen, wie du Amazon und andere Top-Produkte empfiehlst und damit deine Familie ernähren plus ein sehr gutes Leben leben kannst, kann ich dir dieses System, welches es ursprünglich für mich geschaffen hat, genau zeigen. Und auch wenn ich kein Lehrer geworden bin, mag ich es, Dinge Schritt für Schritt in Prozessen zu unterrichten. Also habe ich in der Schule des Geldes ein Ausbildungstraining erstellt, welches es aktuell für eine kurze Zeit kostenfrei anbietet. Wenn du entdecken und verstehen willst, wie du mit der Empfehlung von Produkten ganz ohne Vorerfahrung starten kannst, klicke jetzt auf den Link, solange noch ein paar von den Zugängen zum Training in der Schule des Geldes verfügbar sind.